Musik Von August bis Oktober 2018 stand der City Skyliner Turm in Dresden. Er hat eine Gesamthöhe von 81 Meter und die Aussichtsplattform fährt bis 72 Meter Höhe hoch. Musik 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 Der Turm stand in Dresden auf dem Postplatz. Musik 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 Das ist gut, ich will nur. Das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus. Der Erlweinspeicher. Ehemals Lagerhaus, heute Hotel. Die Jenitze. Eine ehemalige Zigarettenfabrik. Es wurden Zigarettenmarken mit zum Beispiel dem Namen Salem hergestellt. Daher die orientalische Form. Das Schauspielhaus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für mich, das war's für mich, das war's für mich.